Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Punisher So, wir verlassen jetzt das brennende Nucci Estate Oder versuchen es zumindest Ja, ich kann sie schön hören Okay, schön vorsichtig Schön vorsichtig Oh Gott, scheiße, scheiße, scheiße Wer ist das denn? Oh Gott Was ist das denn für ein Deppchef? So, das ist schon etwas mehr mein Kaliber Ah, da ist sie ja Hehehe Schön Flug Ups Hehehehe Das war gut Schön Gut Tja, dann Machen wir vielleicht nochmal Upgrade und gucken Kipelcoy wenn nicht schlecht Aber ich tue mir auf jeden Fall glaube ich erstmal lieber Body Armor Ähm Ähm, ähm Longer Slower Mode wäre nicht schlecht Grenade Lounge, ja, das ist jetzt Magazin Size Ne, ist zu teuer Artex Scope Silencer Schaltung auch zu teuer Grenade Capacity Amore Capacity Das wäre auch nicht schlecht Und, ja Ja, das ist erstmal fürs Erste, das ist gut Ja, except Ähm Gut Ähm Machen weiter mit Warzone Pier 74 Ähm, Change Wappen Ja, einmal vielleicht die hier Und, die beiden Chatsikins Startmischen Schön Und, ja So, du hast die Nuche Drugs Drugs Hooray All die City's Problems Solved mit der Applikation Of Bullets So, die Drugs Didn't stop flowing, Did they Castle? The Nuchis Haden andere ways Of getting Drugs From the city docks And out onto the streets It's just like Ulysses Fighting that Lion In Roman Legend Chop off one head And two more appear Soap That's Hercules fighting the Hydra And it's a Greek legend Yeah, whatever It's still a good metaphor Analogy Whatever Anyway When the drugs kept flowing You decided to investigate the docks For yourself You found out some new boys were in town Didn't you, Frank? And a new girl, too So Gut Ähm Ja Boah Wo geht's Oh my god So Ähm Ja Pier 74 Sieht man auch schön Das Wasser Ähm Noch uhh from here I know that voice What was that? Eh who cares? As long as they're not shooting at that You are a dumbass, Yuri Yuri Cool, wie sehen die denn aus? Ach du Heiliger Achso. Okay. Oh Gott. Down. Und du, mein Freund. Wir sprechen uns noch. Ach du, ergibst dich ja schon. Ach ja, dir geben sie immer, wenn sie allein sind. Aber sonst haben sie große Fresse. Naja. Hat er mich gerade amerikanischer Schwein genannt? Runter, mein Junge. Das ist ein Catch-and-Release-Doc. Wow. LOL. LOL. Save mir, ey Bullis. Aber... Steckt er sich da hinter der Bank oder wat? BOOM! Fürs Longest Loader-Mode kann ich ein bisschen mehr einen auf Gangster tun und quer durchs Zimmer schmeißen. Soi. Äh. Hä? Soi. Gut, dann kümmen wir uns erstmal um den hier. Ouh! I know nothing! Hehehe. Noch einmal? Oh. I'm dying! Nein! 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 No, don't you break it. You bought it. Gut. So, was machen wir mit dir? An. Und eins. Und noch eins. Und das war's schon. Hm. Gut Durch da Ey, yo, Leute Ganz ruhig, ganz ruhig Oh, was ist denn hier schön? Oh Gott Grenade Launcher oder was? Tatsache Nochmal Komm mal Okay, Grenade Launcher kannst du irgendwie vergessen Ähm, yo Die da Gut Ähm Wie jetzt Tschüss Muss es immer so enden, Leute Down Ich weiß was Du bist dran, Alter Oh Hm Ja 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 Wieder ein bisschen Slaut am Maut Wow Guckst du den hin Guckst Voll frei Komm nimm ihn noch verdammt So das Spiel kennen wir ja schon mittlerweile Cool Ja ey Leute Hallo Leute Persuade das, Comrade Loll Was die Hölle machst du hier, Kastel? Du bist willkommen Ich lasse sie mich, du Scheiße Warum? Eine russische Nukke von Freitern kommt heute Abend Ich nehme ihn zurück Warum bist du hier? Ich habe ihn zurück Ich habe ihn zurück Ja Wollt Punch A1 2 2 2 BOOM! Jetzt wird es lustig! Lustig! Wow 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 wow! Woher hast du hin? Wo zieht die denn hin? Nee! Dämlich tolle! Wo zieht die hin? Egal, äh... Ich lebe doch noch ein bisschen, egal! Ich muss ein paar leider beenden! Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video! Bis dann, Leute!